Zum Beispiel das Fahrrad. Das Internet der Dinge bedeutet eben, dass auch ein Fahrrad mit Sensoren ausgestattet wird und wenn es sich durch die Stadt bewegt, mit anderen Verkehrsteilnehmern kommunizieren kann. Denken Sie an das Thema Sicherheit. So ein Fahrrad könnte Signale senden und auch von anderen Verkehrsteilnehmern empfangen, um dann festzustellen, dass eine kritische Situation entsteht. Ein Fahrzeug kommt rechts um die Ecke, das ich als Fahrradfahrerin gar nicht sehe und das Fahrrad selbst könnte mich durch vielleicht eine Vibration oder durch ein auffälliges Leuchten daran erinnern, dass ich aufpassen muss, dass ich vielleicht auch einen Blick in Richtung werfen muss, um zu schauen, ob ein anderer Verkehrsteilnehmer mich übersieht oder auch ich jemand anderen übersehe. Dazu könnte man aber auch das Internet der Dinge verwenden, um bessere Verkehrsrouten in der Stadt vorzuschlagen. Was sind vielleicht sichere Routen? Das kann ich dann messen, indem dort weniger Verkehr ist. Dann kann ich messen, inwieweit auch über die Zeit weniger kritische oder auch Unfälle dort passieren und könnte auch ein Navigationssystem dann längerfristig so bauen, dass es Routen vorschlägt, die mich sicherer mit weniger Haltepunkten, mit weniger komplexen Manövern von A nach B in der Stadt bringen. Dazu brauchen wir zwei Dinge. Einmal eine intelligente Infrastruktur, also das Fahrrad, die Ampel, die Fahrzeuge müssen sensorisch erfasst werden, aber dann eben auch die natürlich datenschutzgerechte Erfassung der Daten und deren Auswertung. Nur wenn ich die Daten über die aktuelle Mobilität habe, kann ich vorschlagen, dass man vielleicht zehn Minuten später losfahren sollte. Nur wenn ich die Daten habe, kann ich vorhersagen, dass ich möglicherweise ein anderes Parkhaus wählen sollte und diese Entscheidung schon früh treffen sollte. Nur wenn ich die Daten habe, kann ich möglicherweise sagen, welchen Rhythmus, also erst mal der Bus, dann vielleicht der Zug und am Ende noch ein E-Roller, dass es so zur Verfügung steht, dass ich ideal von A nach B ohne Verzögerung komme. Die Menschen werden in Zukunft besser und nachhaltiger von A nach B kommen. Wie komme ich also in die Stadt, wenn ich am Ostrand wohne? Heute wähle ich oft das Auto, weil es die einzige sichere und zuverlässige Art ist. Wenn mir aber ein intelligentes, vernetztes System sehr genau vorhersagen kann, dass ich zu diesen Zeiten sehr gut mit dem E-Scooter oder mit dem Fahrrad erst mal zum Bus fahren kann, der Bus sofort mich mitnehmen wird und ich in der Innenstadt an der richtigen Stelle zum Einkaufen abgesetzt werde, dann kann das wesentlich auch zeitlich günstiger sein als eine lange Parkplatzsuche in einer ohnehin bereits überfüllten Innenstadt. Wenn diese Systeme transparent vernetzt sind, dann können Sie mir schon bei der Planung der Reise Auskunft geben und ich kann selbst entscheiden, für welcher Weg, für welche Verkehrsmittel in der Vernetzung ich mich entscheide und damit vielleicht auch einen Beitrag zur CO2-Reduktion liefern, indem ich eine schnelle und zuverlässige Reise habe und trotzdem vielleicht auf das eigene Auto verzichte und auf andere Verkehrsmittel umsteige.